Hallo, ich bin Dries, ich arbeite für Osterbock. Und erzähl mir mal, was sind die richtigen Vorteile von das Gelenk für dich in deinem Alltag? Mein Name ist Stefan Lösler. Im Alltag ist der große Vorteil dieses Gelenks, dass es wasserdicht ist. Zum Beispiel, wenn man mit Freunden eine Kajaktour macht, dann muss man sich keine Sorgen mehr machen, wenn das Boot kentert, ob das Kniegelenk kaputt geht. Das ist ein wunderbarer Vorteil von diesem Knie. Und geht es auch schwimmen dann mit dem Kniegelenk? Ja, man spart sich die Badeprothese, weil man mit diesem Knie auch im Nassbereich unterwegs sein kann, ohne dass es kaputt geht. Und was passiert das Wasser? Habt ihr ein steifes Kniegelenk oder habt ihr auch noch Funktionen rein? Im Wasser selber löst es auch die Schwungphase aus, sodass man auch im Wasser bequem gehen kann. Und sonst, bringt das noch was das Gelenk? Man kann mit dem Gelenk auch laufen, also nicht nur gehen. Wenn zum Beispiel man sieht, dass der Bus schon an der Haltestelle steht, kann man einfach loslaufen und erreicht den Bus noch, indem man dorthin sprintet. Und das wird automatisch erkennt so was? Ja, man muss sich überhaupt keine Gedanken machen. Man möchte einfach nur schnell laufen und dass der Fuß erkennt, dass man loslaufen möchte. Ah, schön! Gut, danke und bis zum nächsten Mal auf dem Messer. Ja, gerne. Ja. girls, 2012 Leere 1 ladies Sie heute ?